Der Ausraster eines Autofahrers hält jetzt Jule Polanski und Mark Westerhofen auf Trab. Der Mann tobt wie von Sinnen mit einem Baseballschläger durch die Gegend und scheint völlig die Kontrolle verloren zu haben. Hallo! Hallo! Hey! Polizei! Hey! Was denn? Weglegen! Den Baseballschläger weglegen! Weglegen! Das ist ja gut! So, jetzt da rüber. Was ist denn los hier? Gucke Sie bitte mal in mein Auto. Einmal zum Fahrzeug. Einmal zum Fahrzeug. Und vor allem erstmal mein Auto runter. Nee, da zu dem Auto erstmal. Ist gleich gut hier. Einmal ins Fahrzeug dran stellen. Beine auseinander, Arme aufs Dach. Arme aufs Dach auseinander, die Arme. Ist ja gut. Irgendwas dabei? Was ist denn hier los? Habe ich es Ihnen erklären? Ja, aber ganz kurz. Moment. Schauen Sie mal, der BMW dort, mein Auto. Die Riesenkratzer da dran. Was du gesagt hast, von dem Roller, von der Dame. Pass auf, wir machen jetzt mal Folgendes. Die erklären mir jetzt gerade mal ganz kurz, was soll denn die Aktion hier mit dem Baseballschläger und dem Moped. Ich habe so einen Hals. Ja, das mag ja so sein, aber... Schauen Sie, ich sage nochmal, mein Auto. Gucken Sie sich meinen Wagen an. Ich komme gerade aus dem Urlaub, habe den Wagen hier abgegeben vor zwei Wochen und sehe diese Kratzer von diesem Scheißroller an meinem Auto. Was ist nicht wahr? Das ist nicht von meinem Roller. Was ist nicht wahr? Die Kratzer waren, also kann ich nicht sagen, die Kratzer waren bestimmt schon vorher, aber das ist nicht von meinem Roller. Die Parkhausbetreiberin weiß die Vorwürfe entschieden von sich. So leicht lässt sich der aufgebrachte Fahrzeughalter allerdings nicht beruhigen. Sicher ist das von Ihrem Roller? Nein, das ist nicht von meinem Roller. So, jetzt passen Sie mal auf. Der stand doch hier. Jetzt passen Sie mal auf. Wollen Sie mich verarschen oder was? Ja, mit dem Roller hier durchs Parkhaus. Entschuldigung, ich habe Sie angerufen. Ich bin die Besitzerin von dem Parkhaus. Und er beschuldigt mich, dass ich mit meinem Roller diese Kratzer an dieses Auto gemacht habe. Das habe ich aber nicht. Also ich weiß ganz genau, dass ich mit meinem Roller nicht an dieses Auto gekommen bin. Ich passe auf, ich vermiete dieses Parkhaus. Da bin ich auch vorsichtig, was die Autos betrifft. Ich fahre zwar mit dem Roller durch dieses Parkhaus, damit ich die Wege nicht immer laufen muss, aber ich fahre nicht mit dem Roller an irgendwelche Autos. Diese Kratzer habe ich nicht gemacht. Sind Sie sich denn sicher, dass die nicht schon vorher waren? Warnen Sie mal ganz kurz. Mal ganz von der Frage. Wer gibt Ihnen denn dann das Recht, diesen Roller so zu demolieren? Wer gibt Ihr das Recht? Nein, nein, nein. Sie müssen mir meine Frage beantworten. Ich habe Sie gefragt, wer Ihnen das Recht gibt, diesen Roller so zu verunschalten. Das habe ich mir genommen, das Recht, weil zuerst diese Kratzer an meinem Auto entstanden sind durch diesen Scheiß-Roller und diese Dame. Und Sie ärgern sich darüber, ne? Ja, natürlich. Aber Sie ärgern sich so richtig damit. Waren Sie mal ganz kurz. Waren Sie mal ganz kurz. Sie rufen Sie dann nicht uns an. Sie haben hier ein Problem, ja? Das müssen Sie eh bei der Polizei anzeigen, damit Sie das Versicherungsgeld bekommen, ja? Dann rufen Sie doch uns an und üben nicht hier Selbstjustiz, sage ich jetzt mal so, an dem Roller. Ja, woher wollen Sie denn ganz genau wissen, dass der Roller die Schäden verursacht hat? Nein, aber ich muss mal überlegen. Pass auf, ich frage Sie mal ganz kurz. Der stand genau dort. Ja, aber hat er Ihr Auto berührt? Ich frage Sie mal ganz kurz was anderes. Sie ärgern sich jetzt total über die Kratzer da, ne? Richtig? Ja, sind auch nicht wenig, ne? Sie sind noch mehr ärgerlich über den, der die verursacht hat. Ja. Richtig? Ja. So. Und jetzt haben Sie diesen Roller so demoliert, der ist jetzt Schrott. Und ich glaube, der Besitzer dieses Rollers, der ärgert sich jetzt genauso. Und Sie wissen noch nicht mal ganz genau, ob der hier überhaupt hin ist. Sie sind ja kein Deut besser. Als die Beamten einige Überwachungskameras auf dem Parkdeck bemerken, scheint die Lösung des Falles zum Greifen nahe. Doch weit gefehlt. Wir haben noch ein Problem. Wir haben Überwachungskameras hier und wir haben versucht rauszufinden, ob die Kratzer waren, ob hier irgendwas war, aber die ganzen Dateien sind gelöscht. Ach, wie kann das denn passieren? Ja, das weiß ich leider auch nicht. Okay. Ich hab auch versucht, ich hab im Fahrtenbuch auch, also es ist auch schon mal so, dass die Autos versetzt werden müssen. Also Sie haben auch den Schlüssel? Also Sie haben auch den Schlüssel? Wir haben auch die Schlüssel. Mein Mitarbeiter hat die Schlüssel. Der hat hierfür, ich hab mehrere Parkhäuser, der hat hierfür die Obhut und der trägt aber alles ein und der Wagen ist nicht bewegt worden. Okay. Ein kleiner Junge auf einem Fahrrad erregt die Aufmerksamkeit der Beamten. Jule Polanski hofft auf nähere Informationen. Lass mal kurz stehen, ich will dich nur was fragen. Hey. Ich bin Jule, wer bist du denn? Lukas Derbach. Der Lukas. Fährst du hier öfters mit dem Fahrrad durch die Gegend? Ja? Hast du vielleicht irgendwas gesehen, dass an einem Auto jemand drangefahren ist oder so? Ja. Hast du das gesehen? Echt? War das ein anderes Auto? Ja. Und der ist einfach weggefahren danach? Ja. Weißt du nicht? Aber du warst das nicht? Nein. Okay. Ja, dein Fahrrad ist ja auch rot und die Kratzer sind nicht gerade die Farbe von einem Fahrrad. In der Zwischenzeit ist die Ehefrau des Cholerikers ebenfalls auf dem Parkdeck angekommen. Sie kann tatsächlich beweisen, ob das Auto vor dem Urlaub bereits zerkratzt war. Können Sie mal sagen, ob die nicht schon vorher waren? Nö, also wenn Udo sagt, die waren nicht da, er liebt dieses Auto über alles, dann waren die nicht da. Okay. Aber nee, nee, warte mal, wir haben noch Fotos gemacht noch. Ja, das ist doch mal schon mal super. Ja, genau. Ja, meine Frau hat Fotos gemacht. Ja, dann schauen wir uns hier das mal an. Ja, zeig mal. Warte mal, ich muss jetzt eher mal sehen. 100 pro waren die, da waren die vorher nicht da, die Kratzer. Ach ja. Mach mal größer, mach mal größer. Ja, stimmt, ja. Ja, und? Was sag ich? Nee. Also die haben Fotos hier vorm Urlaub, also wo sie abgefahren sind und da ist ganz eindeutig zu sehen, da sind keine Kratzer drauf. Das ist ein bisschen Goldstrahl. Würden Sie mir der Kollegin das gezeigt haben? Nicht erklären, wie die da hinkommen. Also er war es auch nicht. Ich weiß nicht, warum die da teilen. Fahrrad hat die falsche Farbe und auch diese Sätze da, das hier, das ist zu niedrig, um da oben einen Kratzer zu machen. Komm mal gerade bitte kurz, ganz kurz nochmal. Das ist gut der Nächste. Ja. Das ist ja mein Auto. Wo sollte das denn? Wo hat's denn gestanden? Das stand wie immer auf dem Parkplatz, ich komme gerade von meiner Geschäftsreise zurück. Die Betreiberin ist mit den merkwürdigen Geschehnissen in ihrem Parkhaus offenbar überfordert. Jule Polanski will Licht ins Dunkel bringen. Ich habe jetzt mal eine Frage an Sie. Wo ist denn Ihr Mitarbeiter? Müsste ich jetzt mal. Vielleicht weiß der was darüber. Ich versuche den mal anzurufen. Ja, dann rufen Sie mal an. Ja, ich versuche den mal anzurufen. Einer muss aber wissen, ob mein Auto ist. Und der versetzt die auch. Ja. Vielleicht hat er es vergessen einzutragen, dass er es versetzt hat oder so. Ja. Man weiß es ja nicht. Das höre ich doch. Das ist doch mein Auto. Hey! Hey! Halt! Halt! Bleib mal hier! Bleib mal hier! Bleib mal hier! Mach die Tür auf! Was machst du mit meiner Karre? Raus da! Einmal den Motor aus und die Hände auf dem Lenkrad. Hände auf dem Lenkrad. Gehen Sie mal zurück. Das ist mein Fahrzeug. Gehen Sie mal zurück. Ja, das bekommen Sie auch gleich wieder. Das ist mein Mitarbeiter. Das ist Ihr Mitarbeiter? Sie haben bestimmt Erklärungen dafür, dass Sie mit dem Auto hier rumfahren, ne? Ja. Die Hände am Lenkrad lassen. Ich habe den umgeparkt. Wollte den umparken. Warum? Das ist üblich, ne? Warum? Nicht immer. Normalerweise wird es eingetragen. Du hast nichts eingetragen. Ja, ich wollte es gleich eintragen. Aber wir tragen das vorher ein. Der Junge mit dem Fahrrad ist hier rumgefahren. Ich habe mir gedacht, bevor die Kratzer an den Sportwagen kommen. Dann kriege ich mal eine Runde. Raus aus der Karre. Aber zügig. Ja, steigen Sie jetzt mal aus. Machen Sie langsam. Kriegen wir schon hin. Und Sie kommen mal mit mir eine Runde ums Auto und schauen mal, ob wir noch ... ... mit dem Auto jetzt fahren. Kommen Sie mal rüber. Ob hier irgendwelche Beschädigungen am Fahrzeug sind. Also erst mal, dass Sie mit dem Auto jetzt mal so fahren sollten. Schauen Sie mal einen mal rum. Also hier mit Quietschen und Reifen und so ein Blödsinn durch die Gegend zu fahren. Ich glaube Ihnen, da kein Wort von, ne? Schicker Wagen, würde ich sagen. Geile Kiste. Ja. Einfach mal eine Spritztour gemacht, ein Ründchen gedreht. Ja, ich wollte ... Jetzt mal unter uns Jungs her. Ich wollte halt den Wagen umparken, weil ich den Jungen da gesehen habe. Und nicht wollte, dass der ... Hey, hey. Der ist so viel Platz hier auf dem Ding. Der Junge fährt wahrscheinlich so oft hier rum. Der hat noch nie ein Auto beschädigt. Ich habe halt eine kleine Spritztour gemacht. Warum nicht den Mercedes genommen? Ja. Boah, Jan. Eine Spritztour. Das hat mir halt ... Ich wollte kurz den umparken. Dann hat mir gefallen. Okay. Jetzt einen ganz kleinen Hinweis von mir. Was hast du mit der Karre gemacht? Gar nichts sagen. Wir regeln das, okay? Wie viel? Da sind 1000 Kilometer mehr drauf auf der Uhr als vorher. Nein, nein, nein. Und runter, und runter. So viel zum Thema kleine Spritztour. Können wir das jetzt anständig machen? Einmal hochkommen und einmal bitte zum Auto mitbringen. Während Mark Westerhofen den Verdächtigen sichert, macht Jule Polanski eine entscheidende Entdeckung. Offenbar steckt mehr hinter dem Fall als vermutet. Setzen Sie solche Mietverträge hier auf, wenn die Autos eingestellt werden? Nein. Wie Mietverträge? Nein, ich habe keine Mietverträge. Das ist mein Kennzeichen. Mietvertrag über ein Kraftfahrzeug. Das ist mein Kennzeichen. Nein. So was kann ich nicht sehen. Zustand des Fahrzeugs, Mieter, Übergabe, Mietdauer, Mietekaution. Hier sieht es so aus, als ob Ihr Angestellter sich einen kleinen Nebenverdienst gemacht hat. Keine Ahnung. Können Sie bitte auch mal in Ihr Auto steigen und schauen, ob Sie Kilometer-Differenzen feststellen können, ob Ihr Auto bewegt wurde? Wissen Sie ungefähr, wie viel Sie auf der Uhr hatten? Wenn ich die Auswahl hätte, zwischen den beiden zu mieten, wenn man das hier machen kann. Ja gut, aber ich denke mal, es wird ja vielleicht auch eine Preisdifferenz geben. Ja, der hat vermietet? Ja, der ist doch auch in den ganzen Packen von den Mietverträgen. Ich habe das nur so... Ich habe das nur so... Ah, du Schindel. Hier Übergabeprotokoll, Anlage, Kfz, also so richtig ordentlich... Ja, ich dachte, das wäre nur Spaß gerade gewesen. Nee, der lag in dem roten Mercedes drin. Dann wird der wahrscheinlich die Spritztour auch nicht selber gemacht haben. Nö, dann hat er die vermietet. Das ist ja Wertminderung für mich. Äh, ja, da müssen wir jetzt selber gerade erst mal ein bisschen uns mal schlau machen. Aber ich gehe mal grundsätzlich davon aus, dass der Betreiber hier von diesem Haus her, also von dem Park aus... Und? Was soll ich Ihnen sagen? Zu den Katzern auch noch 400 Kilometer oben drauf. 400 Kilometer? Ja, wunderbar. Sie haben Leute hier beschäftigt, das ist ja... Nein, das muss ich nicht sein. Aber da wissen wir ja jetzt auf jeden Fall schon mal, was hier los ist. Der Herr Lüdemann hat sich natürlich hier ja ganz klar strafbar gemacht. Das beginnt eigentlich dabei schon mit der Unterschlagung. Das heißt, er hat hier Fahrzeuge vermietet. Das heißt, er hat das auch sogar gewerbsmäßig gemacht. Nämlich hat Geld dafür kassiert. Darüber hinaus haben wir natürlich hier einen Betrug vorliegen. Eben weil er das vermietet hat. Man muss dann Gewerbe veranmelden, aber er durfte das ja gar nicht. Unterm Strich wird einiges auf den Herrn Lüdemann auf jeden Fall zukommen. Brauchst du ihn noch? Nee. Das brauchen wir nicht mehr. Sie können fahren, ne? Alles klar. Gut, bis dahin. Und ich? Was passiert jetzt? So, äh, nächster Kandidat. Da hat der garantiert auch das gelöscht, ne? Da gehe ich schon aus, ne? Also das... Wenn der hier die Fahrzeugübergabe dann gemacht hat oder so? Passen Sie auf, aber wir machen auch Folgendes. Das ist ja das Laptop da vorne, wo die Datensicherungen da drauf sind, ne? Dieses Laptop muss ich leider sicherstellen. Weil wir haben bei uns auch IT-Spezialisten, die vielleicht gelöschte Dateien wiederherstellen können. Das heißt also, wir brauchen natürlich alles... Also die würde ich Ihnen... Weil das ist die, die habe ich runtergezogen, die Daten. Also die haben wir ja liegen, ne? Also das ist vor ein paar Tagen. Nimm ich auch liebend gerne mit. Und von der Überwachungskammer haben wir... Ja, die nehme ich liebend gerne mit, aber ihr Laptop nehme ich auch mit, ne? Ja. Weil wenn wir da was finden, was sie ja letztendlich entlassen könnte... Ja. Dann ist das auch in ihrem Sinne, ne? Okay. Ja. Bevor es für den Beschuldigten Richtung Wache geht, macht Jule Polanski ihrer Fassungslosigkeit Luft. Da ist dir was ganz schönes eingebrockt, du Junge. Wie kommst du denn auf solche Ideen? Ha? Nein. Ja, was? Das Gehalt war ziemlich mickrig. Das Gehalt war mickrig. Und dann so ein Ding da auszufechten, ja. 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 Ja.